Hallo und willkommen zurück bei mir. Ich bin Dolly und wir spielen Black & White 2. Na, cool. So. Leben. Ja, fickt. Fickt und erstellt Leben. Hier das alte Schein muss auch mal gebaut werden. Ähm, da oben werde ich auch mal ein bisschen weiter bauen. Ich weiß gar nicht, hier muss irgendwas cooles hin. Eigentlich hätte ich gerne das Sirenenwunder da oben hingebaut. Ah, scheiße. Das wäre cool gekommen, hier so. Da oben. Damit es jeder sieht. Hier ist die Sirene. Ja, verkackt. Ja, und neben euch sind noch ein paar Mongolen. Die mich angreifen. Hallo. Ich möchte... Nein. Ich muss erstmal die reinholen. Jetzt gehören. Oh Mann. Immer diese Arschlöcher. Ja, PG. Pech gehabt. Äh, ja. Jetzt kommt schon rein, ihr Arschlöcher. Immer muss man alles selber machen. Bekehrter Förster. Nein, das wollte ich eigentlich auch nicht, aber okay. Oh Leute! Die Tür steht sperrangelweit offen. Kommt rein! Oh, jetzt kommen da noch welche. Kommt. Oh ja, geht's noch ein bisschen gemütlicher? Oh ja. Oh ja. Wie er mit den Armen schwenkt. Lalalalala. Wir sind ja nicht im Krieg oder so. Ja, kommt ruhig her. Stirbt. Und ihr kommt jetzt endlich mal rein. Bewegt euren fetten Arschlöcher. Da werde ich aggressiv. Was ist denn das für ein komischer Einflussbereich hier? Naja, gut. Ich mach einfach mal... So. Wege? Irgendwie? Ah, jetzt kommen schon. Da kommt schon... Schickt den Griechen Troppen entgegen. Oh, Mann. So. Jetzt. Jetzt. Na, dann machen wir mal hier. Hier, ihr könnt auch mal ein bisschen dancen. Um ein schönes Sirenenwunder herum, bitte. Und hier können auch ein paar dancen. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Da oben, das baue ich jetzt mal nicht mit auf. Schickt Truppen in unsere Dörfer. Sie dürfen dem Einfluss der tückischen Griechen nicht nachgeben. Das Dorf kriegt ziemlich was ab. Ja gut, dann mach ich mal wieder zu. Nein, nein, die werden sterben. Ich werde sie einfach tot prügeln. Mit meiner Hand. Das kann nicht sein. Die Schrift hat mich betrogen. Bringt mir das Buch des Krieges. Und schlagt mir das Kapitel über Kampfbästchen auf. Stressig-fressig, ne? Mann, die nerven. Ich brauche einen Stein. Ich muss aufpassen, dass ich meine eigene Maul kaputt mache. Oh, das war scheiße. Wir machen schon wie bei Herr der Ringe. Hör auf zu fördern! Verstand! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Stirbt! Oder sterbt! Oh, meine schöne Mauer! Oh! Wo sind die jetzt? Hä? Ist das euer Ernst? Mit drei Leuten wollt ihr mich erobern? Danke fürs Gespräch! Oh, da kommen schon die Nächsten! Oh! Ihr nervt! Oh! Wo kommt denn das nächste Dorf? Wo ist das nächste Dorf? Dörfchen! 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 Keine Ahnung! Hey, es liegen überall Leichen! Oh, das ist... Die sitzen, wenn die ständig kommen und reingreifen wollen. Das ist... Da kann ich nicht arbeiten mit! Oh! Und alter Schein? Was mit dem? Bist nicht fertig! Mal? Ja! Und das ist ein... Bli li 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 li! Ups! Oh egal... ist das schon! Okay, was kann ich als nächstes bauen? Ein Brunnen mal zwischendrin, so ein bisschen. Und ich wollte jetzt endlich mal einen Markt bauen. Kann ich den auch dazwischen pflanzen? Hm, ich weiß nicht. Oder der kommt da hin. Hier so. Oh ja, warum denn nicht? Flanschenmarkt? Jetzt nicht, euer Ernst, oder? Jetzt kann ich hier nirgends was hinfl- Okay, vergiss es. Kommt doch nicht hier hin. Ja, dann kommt da irgendwas anderes hin. Ein Badehaus. So. Durch meine Bäder kommen eure Leute zu mir. Warum auch immer das jetzt funktioniert, aber okay. Ich muss die spielen. Ich verstehe ihn. Ich muss hier nur spielen. Irgendwie. Kann ich da noch was hinpflanzen? Toll, jetzt habe ich hier ein einsames Badehaus. Weißt du, hier ans Eck geht's, aber hier hinten geht's nicht. Doch, geht doch. Wir breiten uns aus. Wie lange braucht es? Oh Gott. Das braucht ja ewig. Ja, ja. Huh. Okay, sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Mal gucken, was ich als nächstes hinpflanze. Was kann ich denn noch so hinbauen? Wollte ich nicht noch Hunden bauen? Egal. Ähm. Achso, ja. Einen Mark wollte ich ja bauen. Ja, den bauen wir halt nach da hinten. Äh. Wo? Warum verschwindet das immer? Hä? Hä? Da. So. Hier so. Hä? Oh. Diese Ordnung, kann das nicht einfach mal so bleiben? So bleiben, wie es ist? Ich verstehe auch gar nicht, was diese Zahlen da zu bedeuten haben. Ehrlich gesagt. Oh Gott. Statuen Mark und Töpfen Mark. Seht ihr das? Das verschwindet einfach immer. Ich glaube, das Spiel wird mich einfach überraschen. So. Da kommen jetzt noch so und da kommen da noch ein paar Villen hin. Ich glaube, ich mache da Buchhäuser hin. So. Ich weiß, das ist böse, warum auch immer, aber passt schon. Wir haben eine Stadt geordert. Nee. Äh. Was ist denn los, Muku? Diesen Erzfelsen schlage ich in Stücke. Alles klar. Ich würde einfach mal sagen, ich stelle ein paar... ...Erzarbeiter her. Bekehrter Minenarbeiter. Minenarbeiter, ja. Ich brauche auch einige Gläubige. Kann es mir jetzt, glaube ich, leisten. Jetzt habe ich echt viele Menschen. Und guckt euch mal den Kindergarten an. Der ist schon voll. Yay. Bekehrter Gläubiger. Und es sollen auch noch einige mehr... Oh. Meine Güte. Wie die sich vermehren? Das ist schon krass. Keine Brüter. Gläubige. Bekehrter Gläubiger. Bekehrter Gläubiger. Ich möchte, dass das aufgeladen ist. Aber es ist schon fleißig hier, die Menschlein. Ich bin stolz. Weil sobald ich auch Mana habe genug, dann ist das Problem mit den scheiß Leuten, die hier die ganze Zeit nicht angreifen wollen, auch geklärt. Weil ich die einfach dann mit Blitschen kaputt machen kann. Ich möchte eigentlich auch mal andere Wunder kaufen. Auch mal für meine Kreatur. Weil... Dann kann die das für mich auch mal erledigen. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen zu arm. Feuerwunder könnte ich jetzt für mich kaufen. Aber ich glaube, ich... Ich will lieber für meine Kreatur irgendwas Sinnvolles kaufen. Was ist eine Werkstatt? Achso, damit kann ich glaube Katapulte bauen. Ja. Friedhof. Was sind das eigentlich für hässliche Häuser? Ganz ehrlich. Passt da mehr rein als in eine Villa? Kapazität sieben. Und in eine Villa? Wie viel passt da rein? Äh. Ey. Da. Neun. Hä? Hä? Wieso sollte ich dann so eine hässliche Hütte kaufen? Ist das für einen bösen Gott gedacht, oder? Ist das dann auch böse, wenn man die hinbaut? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hä? Ich habe die Hand noch gar nicht. Ich habe die noch gar nicht gekauft. Brauche ich das? Ich glaube nicht. Oh, ich glaube einfach nicht. Bis jetzt habe ich ja auch noch nicht gebraucht. Und diese hässlichen Bücher? Weiß ich auch nicht, was das so bedeuten hat. Ja, okay. Da kommt ein Dörfchen. Gibt es hier eigentlich noch irgendeine Quest, die ich erledigen kann? Lasst sie die Wut unserer Armeen spüren! Sieht nicht so aus, ne? Das ist die einzige Quest. Was soll denn das? Hm. Naja. Ich glaube, diese Folge ist ein bisschen langweilig. Aber es wird bestimmt auch spannend. Ich verspreche es! Ja! Es wuselt! Hier baue ich auch mal ein bisschen hin. Ich glaube, ich baue auch noch ein Tempel hin. Hier hinten so. Einfach so, weil ich es kann. Da kann ich mich noch ein bisschen bis zur Mauer hin ausbreiten. Ich habe die extra hier so lange geführt, damit ich diese ganze Fläche noch habe. Ich habe die nämlich immer hier so. Früher, als ich das Spiel gespielte, habe ich die immer hier so abgeschlossen. Da hatte ich gar nicht mehr so viel Platz. Ja, ja! Jetzt bin ich kluger geworden! Ein bisschen, zumindest. Die wollen ein zweites Lagerhaus. Na gut. Warum denn eigentlich nicht? Aber andersrum. So. Hier hinten hin. Oh, was für ein riesiger Fels! Das Licht verändert sich. Oh nein! Ich ahne was! Oh nein! Seht ihr dieses Licht? Ich ahne Schreckliches. Ihr seid feige! Wie können sie sich die überhaupt leisten? Woher haben sie so viel Geld? Dass sie sich solche Wunder leisten. Okay. Das werde ich schon durchstehen. Fick dich! Bitte nicht in mein Sirenenwunder! Überall hin, aber nicht in mein Sirenenwunder! Können von mir aus tausende von Menschen sterben! Ist mir egal! Aber nicht in mein Sirenenwunder! Wie viel braucht das eigentlich noch? Oh Gott! Ja, und die kriegen es mal eben so hin. Ne? Dass ihr Wunder aufgeladen ist. Um mich zu vernichten. Arschgein! Ich brauche gar nichts bauen! Ich brauche jetzt einfach nur warten, bis die mal das Sirenenwunder endlich mal... Äh, nicht das Sirenenwunder, sondern das Erdbebenwunder... Ah, jetzt! Endlich! Toll! Danke! Kann ich mich unbedingt schützen? Sirenenwunder? Hä, wo fährt denn das lang? Okay! Okay! Ja, gut! Von mir aus könnt ihr es immer nach hinten setzen! Kein Problem! Jetzt ist nur meine Maus ein bisschen kaputt gegangen! Oder? Okay! Nicht blöd? Die ist doch kaputt gegangen! Die Menschen warten an den Grenzen darauf eingelassen zu werden! Merkwürdig! Oder war die da erst nie? Ja, kommt rein, liebe Leute! Bringt Geld mit! Wie gut bin ich jetzt eigentlich? Mit 26% bin ich gut! Eigentlich noch viel zu wenig! Ihr wisst gar nicht, wie schön die Stadt aussieht! Finde ich 100% gut aussieht! Das ist echt... Da lachen alle! Und sind glücklich! Und es ist einfach schön! Oha! Wie viel Erd haben die denn mitgebracht? Da kann ich grad eine zweite Sirenenwunder bauen! Hallo? Die versorgen uns den Hintern, Boss! Nein! Das wollte ich nicht! Alles muss man hier alleine machen! Was soll das? Jetzt ist da einer noch übrig! Geht weg, Leute! Ich möchte euch nicht töten! Ich möchte nur den Mongo töten! Ich glaube, ich baue jetzt noch ein Wunder! Aber warum einfach ganz viel Wunder, solange man gewonnen hat! Hä? Warum kann ich die Mauer nicht fertig bauen? Hä? Du da! Irgendwelche Leute! Hallo? Ihr da? Ich werde jetzt die Mauer fertig bauen! Bekehrter Baumeister! Nein! Brüter Baumeister! Das löst sich da hinten wieder auf! Aber okay! Ich werde jetzt einen Cut machen! Ihr habt voll die spannende Folge erlebt! Ja! Die habe ich... Hä? Die haben einen Baum umgeschmissen und dann ist meine Mauer kaputt gegangen! Okay! Ich schalte beim nächsten Mal wieder ein! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!